Der Sprengsatz an Einsatzstil Bravo wurde vom Feind entschärft. Ich habe einen feindlichen Panzerjäger genau westlich deiner Position gesichtet. Der Sprengsatz an Einsatzstil Bravo wurde vom Feind entschärft. Der Sprengsatz an Einsatzstil Bravo wurde vom Feind entschärft. Der Sprengsatz an Einsatzstil Bravo wurde vom Feind entschärft. Los Jungs, ihr müsst in Bewegung bleiben. Haben Sie ein feindlichen Panzerabwehrsoldaten gesichtet? Der Sprengsatz an Einsatzstil Bravo wurde vom Feind entschärft. Der Sprengsatz an Einsatzstil Bravo wurde vom Feind entschärft. Der Sprengsatz an Einsatzstil Bravo wurde vom Feind entschärft. Der Sprengsatz an Einsatzstil Bravo wurde vom Feind entschärft. Der Sprengsatz an Einsatzstil Bravo wurde vom Feind entschärft. Der Sprengsatz an Einsatzstil Bravo wurde vom Feind entschärft. Wir haben den Sprengsatz an Einsatzstil. Achtung! Wir kontrollieren jetzt die Basis. Over. Visiert das Einsatzstil an. Das war's! Und jetzt weiter! Greift das Einsatzstil an! Sprengladung. Ein Einsatzstil Eifer ist Scharf. Ich hab nicht Kontakt zu einem zeitlichen Kraftwerker. Nenn sich seine Akte in Position. Sprengladung ist ein Einsatzstil Bravo angebracht. Ich hab nicht Kontakt zu einem Pizza mitAB. Der Aim ist auf dem Geschäftsatz. Sprengladung. Sprengladung über. Sprengladung. 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 Schuss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017